Hallo Jason. Willst du einmal hier runter fahren oder wie? Ja. Echt? Die ist aber gefährlich. Guck mal wie weit die ist. Willst du die ausprobieren? Ja. Ja komm. Nimm. Mama kommt ja. Spring drauf. Komm da schaust du. Nein schaust du nicht? Komm ich helf dir. Spring drauf. Willst du zusammen Kreuz machen? So soll ich dich doll anschauen können? Ja. Ja. Echt? Ja. Meine Schuhe sind jetzt vor der Sand leider. Nochmal willst du? Ja. 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 Auf der Rutsche? Gleich. Ich wollte, dass wir uns einmal drehen dahinten. Ja, da ist schnell. Du kannst dich zusammenkreuzen, genau. So, und noch ein Versuch, ja? Na, bist du bereit? Ja. Hast du ein bisschen Angst? Nein. Gar keine Angst? Nein. War gut? Ja. Bleib sitzen, bleib sitzen. Machen wir noch einmal, ja? So, dieses Mal und das war's, dann gehen wir weiter, ja? Bist du bereit? Ja. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super.